glaube ich nicht halte ich für eine lüge halte ich für eine ganz dreiste lüge an der stelle nexus grüße schönen guten abend wo gibt's keks herzlich willkommen was haben wir denn hier haben nevsky so wie harland denn die gearing gegen uns naja gut also für mich ist die gearing halt gefährlich so im zweifel weil die mich ausspottet die harland spott ich mich auch von denen gefährlich aber wir sind ja jetzt auch das ist ja auch eine wilde division die wir jetzt hier haben also sollten auf jeden fall wieder ein bisschen aggressiv auf aufbrücken wie einmal ein bisschen nach außen dass ich im schatten der insel bin und dann die ganz einmal nach rechts ich werde nur super ärgerlich wenn der typ dann da steht wenn mich genau unter der insel du kannst ja mal hier so ein bisschen nach außen fahren dahin tross erst zu liegen weil dann weil wenn der typ nämlich dann wirklich da steht dann kommst ja 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 dann ist es dann gehe ich damit und wenn er da steht dann kommen wir bei daran aber ich will ja auch meinen fünf kilometer hydro für die schiffe es passt alles was du bist mark leute alle meine deckung bis mark das die harland system wo mich jetzt den einschluss daneben ballern muss und den schuss jetzt auch daneben ballern musste weiß ich jetzt nicht weil ich jetzt wieder ein bisschen von bisschen zu verstrahlt oder so eine nur aber der war der ärgerlichen auch von mir ganz gut noch was bekommen 13 75 war hätte viel mehr kriegen müssen von mir eigentlich eigentlich müsste hier aber eine delhi sein die geben schießt ich bin hier auf jeden fall durch irgendwas auf ich habe zwei sachen mit zwei drops getroffen auf die großen glaube ich so ein bisschen angst dass es mich die wirst du mal hydro an das mag ja die gute mal weiter rein oh mein gott ich hole hier gerade ein bisschen smoke das ist die oh mein gott alter was ist das alter was ist das der auto da ja da kriege ich aber meine top fast alles alles ist ja ja alles ist ja alles ist ein bisschen der mensch aber erst raus ein bisschen bisschen ich wollte hier gerade ein bisschen dansen leute und dann und dann gibt es aber die der nicht steht es ist ehrlich die bedaille mit sagen das ist durchaus gefährlich was du da bist das ist immer kippen oder wo ich mal wo ich mal geklappt ich jetzt eigentlich auch gerne mal rausziehen hier mein moment ist nämlich vorbei den überraschungsmoment haben wir ausgespielt hat sich jetzt erst mal erledigt war ich jetzt mal kippen und dann kannst du sonst nicht ein bisschen hier weiter nach unten ja wir müssen halt in der mitte aufpassen genau da geht es jetzt hin für mich 2,6 millionen leute wieder weil die ganzen aufs da gelaufen sind war auch wieder klar ich meine bei dem spielstil was willst du da fahren leute und jagst die dds komplett raus machst du halt ein bisschen schaden drauf aber sonst ist viel damage was war es dann sich halt nicht also wirklich nicht weil es ist schon angenehmer aber das ist schon also oder was ist angenehmer das ist schon glaube ich besser als das was er davor gespielt haben mit dem schiff das ist schon mehr impactful sage ich mal ist klar schwieriger auch noch mal ein bisschen muss man auch auch ihrer weise sagen gehört auch mit dazu antennas tot leider aber eigentlich müsste ich jetzt aber hier unten mit rein pushen dass ich von hinten nerven kann ja erst mal gucken wo die sind wie wenn die alle dadurch oder wenn da welche durchkommen oder so also da ist da ist eine gute da hat sich jetzt eine gute flanke formiert sage ich mal und ein zwei leute plötzlich stehen da so ich mach mal hier ein smoke an die ecke ran ja zieh den ruhig ein bisschen weiter raus oder ja 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 ich muss erst mal zu gehen jetzt habe ich ein problem scheiße alter deaktiviert what the fuck haben die mir die mutter und ich habe es auch die victoria fahren ist ja also die Die Delny treffe ich nicht aus der Entfernung. Keine Chance. Wenn der da rumfährt mit Fullspeed und dann auch noch Dodge dazu. Das ist ja vielleicht mal 1, 2, 3 zufällige Treffer oder so, aber das passt auch. Krass, der hat sich da jetzt hingestellt und da ist jetzt die UFO absichtlich. Ich bin überhaupt nächstes Target. Wird langsamer. Wir haben ein gegnerisches Schlagschiff versenkt. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Naja. Mein Hydro ist ausgelaufen. Ich weiß nicht wo die Haaland ist und ob sie hier reingetoppt hat. Naja. Ne finden wir schon. Alles gut. Wenn die Haaland kommt, dann geht die wieder nach rechts außen. Die Haaland da sein. Dann ist die Haaland da drüben. Das sieht leider nicht so richtig rosig gerade aus. Naja. Alles gut. Ich habe noch 3 Raiders, 4 Smokes. Ja. Ja. Ich habe noch einen Smoke. Also ich würde jetzt meinen grad nicht ziehen wollen. Ne, ne. Zieh mal deinen nicht und mach mal easy Olaf. Du musst doch da gar nicht ins Cap rein. Wir müssen erst mal ein paar Leute killen. Die Delny kommt auf jeden Fall noch. Der ist von Reach. Die sind nicht kacke. Die sind nicht kacke. Ja. Aber die waren halt weg gerade. Ja. Das Ding macht da 45 Knoten. Alter. Der dreht einmal um, dann steht er schon wieder da. Marco Polo kommt reingepusht. Ja. Ist jetzt auf jeden Fall auch wer drin. Es hat 3 Sekunden getickt. Marco müsste das wahrscheinlich sein. Hier vorne. Nehme ich auch an. Hier vorne. Ja. Da ist er. Ah, komm mal. Haaland oben bei euch. Helny ist ganz weit weg. Kann ich mich auf die Haaland schießen? Ja. Oh. 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 Ich mit den verschieden die Hox-Wars кip. Ehe. Schlau, wir finden ja auch mal im Vers poder gespielt hat. Arief. Ach nein. Wenn wir ein bisschen Pech haben, dann geht er raus. Er hat drei Millionen getankt, na klar Leute, ne? Drei Millionen, naja. Der Stift, Junge, der Stift ist in einem schweren Panzer unterwegs. Mensch, sieht klar aus. Ja, hat er irgendwie... Wie viele Zuschauer hat er denn, Junge? Wie viele kommen denn da, Andi? Sag mal, hast du dich vermehrt oder was? Vermehrt wie die Kaninicke, ey. Aquarium, Phil. Ja, Leute. So sieht's aus. Herzlich willkommen. Wir sind gerade in der Sphere unterwegs, liebe Leute. Und sind im Schnitt immer so bei zwei bis drei Millionen Potential. Aber Schaden machen wir trotzdem nicht viel. Aber es ist ja auch ein schwerer Panzer, liebe Leute. Das darf man nicht vergessen. Es ist ein schwerer Panzer, dieses Schiff. Man denkt immer irgendwie, alles gut und so. Aber es ist halt ein schwerer Panzer. So, ich pack' früh raus. Wäre das eh an. Sie gehen eh jetzt auf hier durch die... Durch den anderen Juppel da. Müssen wir halt mal ein bisschen wickeln. Liebe Leute, ansonsten CLR-Conti. Und herzlich willkommen an die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Phil. Grüße. Schöne, gute Arbeit euch. Ähm. Es gibt CLR-Container zu gewinnen. Tragt euch einfach ein. CLR-Conti. Follower des Kanals können gewinnen. Und ansonsten herzlichen Dank und moin. Moin. Du hast dich doch vermehrt. Andi, du hast dich vermehrt. Ich merk' das auch. Feueralarm. Nebelwerfer gestartet. Hauptturm kritisch beschädigt. Scheiße hier. Mann, wie die reingrücken in mich, Alter. Wie als wären die irgendwie... Ah, die Lauria hat gleich Shots auf die Polo. Als wär' ich irgendwie so'n... So'n... So'n dickes Kind mit Schokolade, Leute. So kommen die hier hinter mir hinterher, ey. Ich seh' jetzt krass, dass Reach gegen Reach spielt, ne? Also Mako und die Yu-Yang sind auch Reacher. Torpedos after aus! Ich seh' jetzt grad dem erst, dass ich schon wieder hier auf dem Wind bin. Not good! War alles easy, Leute. Alles easy. Wir dodgen das. Wir dodgen das aus, hier. Genau, liebe Gearing. Smoke dich halt mal. Ist in Ordnung. Ist okay. Ich farm währenddessen mal deine Jungs und Mädels hinten weg. Ja. Let's get up. 3,7 Millionen, Leute. 3,7. Macht er die 4? Macht er die 4? So, liebe Gearing. Ja, ich und du. Wir haben jetzt noch ein anderes kleines Battle hier. Ich weiß, das ist halt auch ein Battle, das willst du wahrscheinlich nicht kämpfen, liebe Gearing. Aber ich sage dir, so wie es ist. Das ist nototwendig. Scheiße, jetzt sind wir da rausgefahren. Der war ja gar nicht so bad. Der ist ja noch ein Kurfürsten zum Farmen, ne? Also. Naja. Da habe ich noch ein Kurfürsten zum Farmen. Aber trotzdem. Die nehmen gerade auch, weil sie schießt. Oh ja. Oh ja. Scheiße, der Kurfürsten kann man sich auch wieder raus. Zu blöd, den jetzt gerade zu treffen. Und jetzt habe ich mich unten leider die Dellen. Mh. Wenn ich mich halt auch gut will. Ah, Leute. Leute, nicht gut. Ich sehe, ich sehe es kommen. Ja. Wie soll ich denn hier, hier alle, alle von denen hier wieder. Gefecht endet in 5 Minuten. Wir müssen Dark gehen. Film muss Dark gehen. Wir müssen Dark gehen. Dark, Dark, Dark. Go Dark. Ja. Kurfürst, ich weiß. Komm. Dodge it. Dodge it. Ja. Genau. Wieder anfahren. Schneller werden. Anfahren. Anfahren. Genau. Sehr gut. Nein. Schlecht. Kacke, ey. Die Dellen hier ist jetzt... Jetzt ist die Dellen hier halt mal schlau. Jetzt löse dich. Ja, ja, ja. Jetzt ist die Dellen hier... Aber jetzt ist er halt mal schlau. Jetzt hat er auch mal auf AP umgeladen. Leute. Also irgendwie. Ich weiß nicht. Los. Was? Da hat... Das hat doch nicht... Hat die Runde jetzt geschockt oder was? Hier mit meinen 4,1 Millionen Potential kann ich doch nach Hause gehen mit meinen 104.000 Schaden. Nicht ein Torpedo getroffen. Doch, ich habe ein Torpedo getroffen. Sorry. Oh, wow. Torpedo getroffen. Leute. Also 504 Zuschauer? Na, Andi. Ihr Dings ist mit 411 gekommen. Was? Andi, sag mal, du hast dich doch... Ist Andi noch da? 500... Andi, du hast doch... Wo... Streamt World of Warships jetzt auch am Sonntagnachmittag? Leute, so oder so. Herzlichen Dank für die ganzen Follows. So viele Follows habe ich die ganze Woche über nicht gekriegt. Dankeschön. Ähm... An... Teufelchen, Black Rabbit, Zacher, Daniel Köln, Captain Krause und Andi Keule, Junge. Ich habe es ja versucht mit gutem Gameplay zurückzuzahlen, so wie es die, die mich kennen zumindest von mir gewohnt sind. Ihr wisst hier, dieses kleine bisschen Unicum Gameplay kann man dann hier durchaus erwarten. Aber, hat mich ausgereicht, die Runde. Muss man mal so sagen. Hat mich ausgereicht. Ich hatte Spaß. Was? Was hast du denn gemacht, Andi? Sag mal. Okay. Ja, wir verkacken die Runde halt noch, ne? Ich habe halt jetzt zu viel gehabt. Die Gearing oben, wenn die Gearing ein bisschen mehr Fehler gemacht hätte... Die war auch... Wir sind zu viele Punkte hinten, das ist vollkommen egal, ob er noch cappt. Ja, aber hätte ich die Gearing noch gekillt, hätte ich ein bisschen mehr auf die Delny gucken können, ne? Und dann hätte er mich jetzt auch nicht mit AP rausgenommen. Also, das war halt so ein bisschen das Thema. Die Delny hat jetzt am Ende... Die hat am Anfang gemerkt, okay, da sitzt jemand in seiner Sphäre, der weiß anscheinend von... von Gas und Bremse zu unterscheiden. Und, ähm... Dann wird es schwierig. Wenn man das mal so sagen darf. Wenn man das mal so zusammenfassen darf. Trotzdem mal so eine gute Runde, aber werden wir sicherlich verlieren, ne? Dann werden wir sicherlich hier verlieren, ja. Okay, Leute, dann tragt euch gerne ein, clr-conti in den Chat. Falls ihr den lieben Andi noch nicht kennt, an meine paar... Lebo-mäßigen Zuschauer, die gerade eben da waren, so viele, wie jetzt gekommen sind... Ich wünschte dir das immer noch... Ja, das ist ja der Zuschauer. Ach, das hast du irgendwie... Freibier geboten, oder was? Also, das ist ja... Mensch. Wahnsinn. Glückwunsch, mein Bruder. Freue ich mich. Sehr, sehr schön. So soll es sein. Ähm... An diejenigen, die jetzt noch reingekommen sind, tagt euch jetzt mal bitte ein, clr-conti in den Chat. Es gibt also diese Colorful Sao, also kann es zu Gewinn geben. Und auch diese Rune und so. Ähm... Das würde ich jetzt gerne auch auflösen. Ich habe das jetzt schon einige... Bisschen Zeit, sage ich mal, aktiv und... Würde ich jetzt gerne auflösen an der Stelle. Also einfach eintragen, Follower des Kanals sein. Passt übrigens genau, dass ihr jetzt genau in dem Moment gekommen seid, wo wir ein Giveaway offen haben. Ja, super. Also... Tragt euch gerne ein. Wird jetzt natürlich bei der Menge an Zuschauern nicht nur einen Container geben. Das wäre jetzt halt ein bisschen... Ein bisschen weiß ich nicht. Und dann sage ich herzlich willkommen nochmal an alle. Ich kann alle nicht begrüßen. Ihr seid so viele jetzt gerade. Ich... Ja... Weiß gar nicht. Genau. Und Seacons habt ihr... Shoutout habt ihr gekriegt. Genau. Also an alle die, die auch den Andi noch nicht kennen. Shoutout habt ihr gekriegt. Geht mal zum Andi rüber. Wir machen ja regelmäßig oft und gerne Content. Weil Andi auch wirklich einfach einen guten Content macht. Er ist einer der wenigen, die sich richtig viel Mühe geben. Was das anbelangt. Und auch wirklich richtig guten Content liefern. Und von daher... Ich mache das ja auch immer sehr gerne an der Stelle. Krass. Hey, Glieder von Siekrauts hier bestimmt 100 Leute. Lol. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Die Startseite hat gegrüßt oder was? Immer noch gar nicht. 511 Leute? Wahnsinn. Unglaublich. Ähm... Ja. Gut. Ich bin mal gespannt, wo wir... Wo wir... Wo wir rausgekommen sind. Ansonsten... Wie gesagt. Fühlt euch herzlich... Okay. Liebe Leute. Dann... Wir haben uns die Sphere jetzt ganz intensiv angeschaut. Mehrere Runden lang. Wir hatten sehr gute Runden dabei. Wir hatten auch eher schlechte Runden dabei. Die letzte Runde war durchaus wieder mal eine... Ne... 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 Das war nicht diese. Ähm... Die letzte Runde war durchaus mal wieder eine Runde. Die war sehr, sehr interessant. Sehr, sehr gut auch. Ähm... War aber diese hier. Und da haben wir... Ne, das war nicht diese hier. Dann sind die hier oben. Sorry. Das waren die älteren Runden. Das war diese hier. Die war sehr, sehr gut. 162.000 Schaden auch mal wieder gemacht. War wieder erster geworden. Also mit dem Schiff macht man wirklich sehr, sehr viel Base-EP. Und ihr habt auch einen Spielstil, welcher quasi aus... Alles, was dieses Schiff macht, erzeugt direkt immer nur Impact. Auf... Impact ist ja das, was ihr haben wollt. Umso mehr, umso eher gewinnt ihr Runden. Positiver Impact. Auf so... Ähm... Auf so eine Runde ist ja das, was ihr am Ende braucht. Das ist nicht nur Schaden. Schaden ist ein Teil davon. Aber vor allem ist es halt auch viel... Ähm... Schaden auf richtige Schiffe. Schaden in bestimmten Zonen. Und auch in bestimmten Zonen gut kämpfen. Sag ich mal. Das hat das Schiff sehr, sehr viel. Vor allem durch das Loadout, was es mitbringt. Muss man... Kann man nicht anders sagen. Also die... Die Motor-Lot-Leistung mit 30%. Ähm... Das Überwachungs-Radar. Das ist der Kurzimpuls-Nebelerzeuger. Ähm... Bietet euch Möglichkeiten immer in entscheidende Positionen vorzurücken. Und in diesen Positionen auch... Gut Schaden zu machen. Ihr seid ein übelster DD Schreck. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass ich nicht gegen die Sphere bis jetzt fahren musste. Nicht so viel fahren musste. Aber... Ihr tut euch aber auch auf der anderen Seite gegen Schlachtschiffe... Ich will nicht sagen schwer. Aber Schaden zu machen mit dem Schiff ist auf jeden Fall eine der Schwächen. Ihr macht nicht sonderlich viel Schaden. Jetzt kommt dazu, dass dieser Spielstil, den die Sphere an den Tag legt, durchaus sehr speziell ist. Ihr habt eine extrem schlechte Panzerung, Leute. Müssen wir nicht drüber reden. 25 Millimeter, 70 hier oben. Ja, toll, wenn ihr irgendwie weit kitet oder so. Aber normalerweise overmatcht euch irgendwas. Dann fliegt es euch in die Zita und dann macht es Knallwumm, Leute. Zitadellen. Keine Seltenheit. So wie ihr spielt, dass ihr vor allem auch dicht dran sein sollt. Helfen euch auch nicht die 30 Millimeter hier oben, sage ich mal, auf dem Deck. Das ist überhaupt gar nicht viel. Wenn es irgendwie mehr Deckspanzerung wäre, wäre es nochmal besser. Aber das wäre eine coole Sache. Und ansonsten rauskrollen, ja. Warte. Geht nicht bei mir. Nicht so wie ich will, glaube ich. Aber gut. Spielt auch gar keine Rolle. Ich wollte euch jetzt eigentlich gerade nochmal den Hafen zeigen, als Kasi gerade schreibt. Aber irgendwie kriegt das nicht hin mit dem rauskrollen. Reinskrollen geht. Rauskrollen geht bei mir nicht ganz so. Müssen wir so ein Bild machen oder so. Schauen wir gleich nochmal aus. Auf jeden Fall. Das ist eine der großen Schwächen, die Panzerung. Und wie gesagt, der Spielziel dazu, der wird 50%, 60%, 70% von euch da draußen nicht liegen. Der wird euch keinen Spaß machen. Das prophezeie ich euch sehr, sehr gerne. Denn ihr habt damit Probleme. Das Schiff ist der Ritt auf der Rasierklinge. Der Ritt auf der lebendigen Rasierklinge. Das ist keine Smalllands, liebe Leute. Die Smalllands ist dagegen super einfach zu spielen. Das hier ist nochmal was ganz anderes. Ich weiß deswegen nicht, ob es den Stahl für die meisten von euch wert wäre. Ich würde persönlich sagen nein. Für Liebhaber ja. Das Schiff ist auch nicht schwach. Will ich auch nicht sagen. Es ist aber auch nicht übermäßig stark. Es gab zuletzt extrem krasse, richtig, richtig starke Stahlschiffe. Komplett OP meiner Ansicht nach. Ruggero Di Lauria beispielsweise. Macht mit ihrer SAP. Ich weiß nicht was für Schellen. Unglaublich krasse. Und auch richtig, richtig viel Schaden immer. Muss man so sagen. Aber. Ist halt ein Schlachtschiff. Das Ding halt hier. Klar hat halt Impact. Ihr könnt damit viel machen. Es ist auch echt cool. Macht auch wirklich Spaß und so. Es ist auch wirklich anstrengend zu fahren. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt alles positive Punkte sind. Für euch. Also Spaß zu fahren. Ist eigentlich ja schon wichtig. Und wenn es anstrengend ist. Und schwierig. Und ihr viel können müsst. Um damit gut zu sein. Ist es eigentlich eher eine Schwäche. Und das ist so das. Was ich euch ans Herz legen würde. Bei der Sphere. Ihr werdet damit Leute sehen. Die damit richtig abreißen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Bei der Sphere. Ich selber habe mich jetzt hier auch im Test. Jetzt nicht unbedingt schwer getan. Aber vom Schaden her zumindest. Naja. Also für ein Stahlschiff. Erwarte ich eigentlich im Schnitt schon. Immer deutlich mehr als 100.000. Das ist mit der Sphere nicht immer drin. Sag ich euch ganz ehrlich. Manchmal habt ihr auch Runden. Die sind nach 60k vorbei. Ihr habt zwar zwei Kills gemacht. Oder so. Aber die Runde ist durch. Konntet halt nicht so viel farmen. Und. Ähm. Das ist halt. Auch so ein Thema. Wo ich sagen muss. Naja. Also gut. Weiß ich. Skillung. Ist tatsächlich ein Vorteil bei dem Schiff. Ihr müsst nicht unbedingt ein 21er Kapitän haben. Ähm. Ich habe hier geskillt. Auf jeden Fall auf zahlenmäßige Unterlegenheit. Würde ich euch jetzt am Ende auch so empfehlen. Der Skill prockt hin und wieder schon mal. Ist das Beste. Was ihr glaube ich für vier Punkte hier mitnehmen könnt. APF hatte ich eigentlich immer davon ab. Vor allem bei so einem Schiff, was Raider hat. What for. Ihr seht dann euren DD. Und dann schießt er drauf. Und fertig. Aber. Von der Skillung her ist der Rest hier auch. Unverhandelbar. Also die anderen Skills braucht ihr hier alle durch die Bank weg. Diese hier. Sind alle durch die Bank weg. Den Vierer könnt ihr euch überlegen. Und vielleicht den 1er hier. Da könnt ihr dann nochmal irgendwie Brand mitnehmen oder so. Aber die Skillung würde ich euch schon so an der Stelle jetzt ans Herz legen. Deswegen ist so ein bisschen so vielleicht so ein kleines Blenderschiff. Ja. Wenn man damit mal eine Runde bei YouTube sieht. Wo man 250.000 Schaden macht. 4 DDs killt. Dann ist das sicherlich möglich. Und sicherlich auch gar nicht super unwahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Regelfall bei der Sphere. Auch für Leute die richtig gut sind. Ich würde mich schon als jemanden bezeichnen der gut ist. Einfach weil ich das Spiel unglaublich lange spiele. Aber ne. Wisst ihr ja. Und deswegen. Ich weiß nicht so genau ob ich dafür eine Empfehlung aussprechen soll. Ich sag mal eine eingeschränkte Empfehlung. Kann Spaß machen. Für 30.000 Stahl finde ich es persönlich auch ein bisschen zu teuer. Spielstil ist cool und interessant. Das ist ein positiver Punkt. Aber wollt ihr sowas wirklich haben. Ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich eher sagen. Nein. Ansonsten. Ja. Gegen U-Boote. Klar. Ihr habt noch einen Luftschlag. Die kriegt ihr auch mit auf mit Raider. Das Ding hat halt kein Hydro. Das heißt gegen U-Boote seid ihr eigentlich auch eher halb anfällig. Ja. Aber ist lustig zu fahren. Wenn euch das Spielziel Spaß macht. Will ich es euch auch nicht komplett ausreden. Das möchte ich auch nicht tun. Okay. Mein Fazit zur Sphere. Durchaus gemischt. Ja. Ähm. Sonst kriegt ihr auch immer mal ein positives, klar negatives. Das ist bei dem Schiff hier so nicht möglich. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Das war unser Test von der Sphere. Und.